Hi Leute und herzlich willkommen. Es tut mir leid, dass heute kein Video kam. Ich hatte eigentlich eine Nicht-Lachen-Trends-Fund, nur es wurde von YouTube weg, also entfernt eigentlich. Denn ich habe den Urheber nicht, sozusagen von dem Video nicht gefragt, ob ich das halt für meine Reaction verwenden darf. Deswegen hat es, halt YouTube ist entfernt, aber es war alles meine Schuld. Es tut mir leid, dass kein Video kam. Ich wollte euch nur sagen, ich wünsche euch frohe Ostern. Ich hoffe, der Ostern hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr seid gesund. Und ja, das Video kommt heute sehr ungeschnitten auf YouTube, denn ich mache das Ganze am Handy. Und ich habe eigentlich irgendwie keinen Bock, das alles noch zu schneiden und auch kein Intro, weil normal schneide ich das alles am Computer. Dort ist alles gespeichert, aber ja, ich habe es nicht. Ich würde mal sagen, wenn ihr dann noch eine Nicht-Lachen-Challenge sehen wollt, vielleicht da frage ich aber lieber den Urheber zuerst. Dann würde ich sagen, lasst Like, den Abfall, den ich dann noch nicht gemacht habe. Und dann tschau, halt rein, was auch immer gerade zu machen. Frohe Ostern und tschau, tschau. Und dann tschau, halt rein, was auch immer gerade zu machen. Und dann geht's- Vielen Dank.